Hey Leute und willkommen zu einer neuen Folge Boah Alter, was ist denn los mit mir gerade? Willkommen zu einer neuen Folge The Forest Oh fuck Boah, echt ohne Spaß ist das für Schatz So ganz, ganz gechillten und neueren The Forest Ähm, jo Gut Also, die Grüßung habe ich schon mal geschafft Das Video Alter Wieso steht denn die auf einmal wieder? Das wusste ich nicht, dass die sich reaktiviert, wenn Das ist ein Netfilm-Baum Der stand da aber vorher nicht Ist irgendwas Neues passiert? Ähm Ne, oder? Man Ach, das ist eine Lese Ah, geil Naja, Federn her damit Ja, okay, gerade ein bisschen verwirrt und so Außerdem kommen keine Ureinwohner Voll langweilig in letzter Zeit hier so Ähm Aber nun Bauen wir unser Lager weiter Alter, kannst du mal aufhören, immer zu schlagen, wenn ich was aus will Gather locks Six Gather locks Twelve Da hinten kommt endlich mal einer Es geht doch Weißt du, ich vermisse euch ein bisschen Ohne euch ist das gar nicht so spannend So, gather locks Eight Ach, und dann direkt drei, weißt du Ach man Och nee Mal gucken, ob wir einen da rausholen Vielleicht kommt der hier rein Dann haben wir es ein bisschen leichter, aber können wir ihn jetzt Feuer locken Ich hoffe, von hinten kommt keiner Einmal kurz Nö, da hinten sehe ich ein paar Lichter, aber sonst nicht Jaja, die kommen direkt hier hin Ich habe natürlich klugerweise Meine eigene Falle eliminiert Das war nicht so die genialste Aktion von mir Kommen die rein? Die haben mich anscheinend gesehen Ich weiß nicht, woher die kommen Das ist gruselig Warte auf mit dem Bullshit Ich wurde irgendwo gesehen Wo sind die denn jetzt? Ich werde die kommen gleich von da Und da habe ich gerade was hingebosselt, dass ich die nicht sehe Hallo Boah Und ich sage auch noch Ich erschrecke mich nie Wo sind die denn? Ich weiß die ganze Zeit Pring, Plank, Plank Aber ich sehe die nicht Alter, ohne Spaß Jetzt kommen da Milliarden Da habe ich keinen Bock drauf, Leute Muss ich ehrlich sagen Ich vermisse gerade so ein bisschen das Zurückgucken Ach, da steht einer Guck's an Guckst du dir das an Da gammeln sie alle rum So, ähm Das Boot hat die Position verändert, Leute Vielleicht ist da auch die Flergang wieder drin Mal gucken Ne, hat es nicht Das Boot ist einfach unsichtbar geworden Und man sieht jetzt, dass da ein paar Items drauf glänzen Naja, solche Boote gibt es Hallöchen Also bitte, Leute Sagt mir nicht Ihr kennt solche Boote nicht Okay, wir haben die Axt Theoretisch doppelt Ich hätte gerne noch das Seichen Naja, unsichtbare Boote sind schon was Tolles Man, jetzt meckert doch nicht, ey Außerdem ist mir Ice Cold Oh, ich töte die jetzt, Leute Wenn ich dabei draufgehe Ja Dann habe ich halt Pech gehabt Ich werde natürlich versuchen, mir mein Lager hier als Vorteil zu nehmen Aber zuerst Lowers Energy Restores Energy Das Ding bräuchte Ja, ich wurde gesehen Geil Ja, komm doch Oh, ich renne weg Komm her Boah, dann hau halt ab, ey Erstmal wieder warm werden Was ist jetzt los? Haben die jetzt alle kleinen Ach du Scheiße Machen die jetzt erstmal kleines Schlagen die jetzt hier ihr Lager auf Oder was läuft da? Oh Gott Wenn ihr Beef wollt, kommt rein, ey Ich mach mal eine Lampe an Dann gucke ich durchs Fenster Ja, komm Seid brave, Ur-Reinwohner Alter, warum rennt ihr da hinten so schnell weg? Wo? Wo habt ihr mich gesehen? Oh ja, darauf kochen wir uns erstmal Ne, das wollte ich nicht machen Darauf kochen wir uns erstmal einen schönen Lizard Nein, das wollte ich nicht machen Das wollte ich Na Leute, wenn Ur-Reinwohner in der Nähe sind Bitte erstmal einen Lizard kochen Dann rennen die auch schon alle weg, weil die Angst vor dem Geruch haben Wie ihr gerade da am Fenster gesehen habt Ja, ich krieg schon was zu essen Warte einen kleinen Moment Dann sollte es soweit sein Danke So Müssen wir hier irgendwelche Ur-Reinwohner beseitigen? Nein Die da hinten stören ein bisschen, ne? Minimal Was geht bei denen? Die machen jetzt erstmal ein schickes Rennen Okay, läuft bei denen auf jeden Fall Ja, ja Das sind Kinder So, Devil, komm Komm her Ja, komm Sei brav Komm her Oh Gott, aber nicht alle auf einmal bitte Wenn, dann immer schön einzeln Hey Komm Schnucki Du hast es durch meine Tür geschafft Scheiße Was passiert? Was passiert? Was passiert? Was passiert? Penner Nicht mit mir Wann mal kurz ins Wasser? Kopf Du bleibst rein, ne? Kann dich nicht mehr aufnehmen, nein Aber bleib wenigstens im Lager Dich kann man für solche Effigis gut gebrauchen So, wir gehen weiter töten Wo ist der Rest? Oh Gott Leute, einer nach dem anderen bitte, ja? Kommt hier rein in meine Bude Dann könnt ihr richtig dick auf die Fresse bekommen Aber bitte einer nach dem anderen rein, okay? Ja, ihr schleift euch jetzt wieder außen rum Weil ihr euch cool fühlt Und du machst wieder deine Lampe an Und wachst mal einen Blick durch mein Fenster Und rennst dann weg Ne? Machst du das so? Ach, keine Ahnung Ihr seid doch Penner Ich will doch einfach nur schlafen Weißt du Erst kommen nie welche Guck mal, wir spielen jetzt verstecken Er sieht mich nicht Er sieht mich Oh, da kommt hier noch einer Ach ja, komm Schickt euer ganzes Dorf her Hallo Ja, hast du Angst? Was ist los? Leute, ich tue euch doch nichts Echt nicht Okay, tschüss Wir stellen jetzt erstmal ein Effigy auf Wo alt haben die hier Das Ding mit Effigys zugemüllt, ey Ohne Witz Wir haben nicht genug Steine mal wieder Kein Ding hier Guckt euch an, was die hier alles gemacht haben Was ist das? Auch so ein Effigy Ja toll, ihr habt da eurem toten Bein abgehackt Und da drauf geplantet Och mein Gott Kommt rein Kommt rein Alter, ohne Spaß entscheidet euch doch Wo bist denn du? Ja komm jetzt Alter Braucht ihr ne Einladung? Buh Buh Liegen bleiben Hier wird das gemacht, was ich sage, Freundchen So Gut Ah, jetzt bluten wir wieder Ach, sind mit Blut bespritzt So, bitte Gut Ähm Wer will als nächstes Kommt ruhig Na, du hübscher Alter, die haben ja alles zugemüllt Was soll das überhaupt darstellen? So ein Sack mit Schädeln, ey Steinchen brauch ich Stöcker sind sowieso immer gut Fuck, ich hab nicht auf die Zeit geachtet Aber in zwei Minuten sollte die Folge zu Ende sein Das ist so ungewohnt, dass ich jetzt immer auf die Folgen achten muss So, was ich dann wenigstens noch machen will Ist hier mein Effigy fertig Damit wir auch was geschafft haben in der Folge Das ist zwar kein großer Erfolg, aber Hier ist ein Schatten von einem Ureinwohner Ach, oder ist das Effigy Das könnte natürlich sein Och, ne Ich will gerade die Folge schön beenden Ja komm, dann gib's mir Oh, erstmal Textur ändern, ne Boah Mein Gott Nerven die Viecher So, gut Dann beenden wir jetzt mal die Folge, würde ich behaupten Benden Na, seid ihr irgendwo hier Nein, seid ihr nicht Gut, Leute, ich hoffe es hat euch gefallen Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder Tschö Tschö Vielen Dank.